Aikaramba, da sind wir auch schon wieder mit Folge 27. Immer noch dieselbe Aufnahmesaison. Season, Pisen, Niesen, Season, Liesen, Hoi, Hi, Hey, Ho, Ha. Jetzt machen wir erstmal das kolossale Loch weg. So gut es geht. So gut man uns lässt. Ich glaube es reicht nicht für alles, aber naja. Wird schon mit der Zeit. Ein Teil geht ja halt immer verloren. Aber wir können ja auch irgendwo wo es hässlich ist Sand klauen. Mal da oben zum Beispiel, da steht der Block so beschissen rum neben dem Skelett. War doch bestimmt wieder ein Enderman. Gib mir Sand. Hier scheint auch einer hochgegangen zu sein, aber ne. Sand, die Sand, Sand. Gleichen wir das mal ein bisschen an ne. So, ja genau. Schön einstürzen. So, das sollte reichen. Um das Loch des Creepers zu zerstören. Beziehungsweise wieder aufzubauen. Müssen sich immer umschauen. Diese Schweine, die sind überall. Das hat doch nicht gereicht. Zwei beschissene Blöcke. Jo, man. Kuscht so mit dem Kaktus. So, jetzt aber. So, und zack. Ist doch nie was passiert. War da in der letzten Folge irgendwas? Ich glaube nicht, ne. Komm, wir hauen den Zombie da noch K.O. Äh, das war genau so. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Yeah. Hä? Den haben wir lebendig begraben. Sieht doch scheiße aus. Die EP-Punkte spacken hier voll rum. Ich glaube, die buddeln wir mal aus hier, wa? So. Sonst noch einer hier. Der sterben möchte. Nö? Was ist das denn hier? Mensch, wie das hier alles aufgebaut ist. Jetzt stütze einfach ein. Können wir den nächsten Zombie begraben später. Ah ja. Kakaobohnen kann man doch anbauen. Das wird bei mir nur nicht angezeigt. Ich weiß nicht, ob es bei anderen auch so ist. Haben wir gerade mal irgendwo eine. Kuckuck. Hängt jetzt natürlich kein einziger Kap. Da. Das erste Mal sitzen wir ein Fuß in den Dschungel. Ha, ha. Wir haben Hunger. Fällt mir gerade mal so ein. Aber egal. Wir essen gleich ein bisschen Schinkenbrot. Den scheiß hier mal weg. Zack, zack. Hätte ich dat eher gewusst, ne? Brot für die Welt. Fleisch für Onkel. Die rennen auch viel zu viel. So. Was tun wir jetzt? Ich werde nur den Kuchen fressen können, ne? Die ist irgendwo eine scheiß Spinne. Jetzt reicht es mir hier aber mit dir, du Kackfratze. Muss doch hier irgendwo sein. Ah. Da hat sie dich versteckt. Haben wir dich endlich gefunden nach zwei Folgen. Schwein. Ist ja kein Spinnenerlebnis. Park oder sowas. Tun wir lieber ein paar Fackeln hier hin. So. Weißt du, das Huhn sagt mir das noch nicht mal, ne? Du Penner, ey. Ich würde sagen, wir machen unser Inventar jetzt leer. Wir gehen in der nächsten Folge. In eine Höhle. Obwohl, ich würde sagen, wir gehen in der übernächsten Folge, weil ich versuche jetzt die nächste Folge endlich mal mit dem Area-Gewinner zu machen, damit ich das schon mal weg habe für das Erste. Und dann können wir auch bald den nächsten Area-Kampf machen. Aber ich räume mein Inventar jetzt topst du mal eben auf. So. Kommt es da rein. Der Schrott kommt da rein. Sonst noch was, was hier rein muss? Nope. Was haben wir denn noch Schönes? Ein bisschen Chicken. Können wir auch mal wieder was grillen davon. Fleisch haben wir ja auch noch. Also so schnell verhungern wir hier nicht. Äh. Haben wir eigentlich dabei? Okay, diese. Die packen wir auch wieder weg, würde ich sagen. Wir gehen mit Behutsamkeit nach unten. Und. Wir sollten uns vielleicht mal eine normale noch machen, die wir so benutzen. Aber dafür müssen wir erstmal, ja, Level 3, noch ein paar Levelchen sammeln. Ich würde mal eher sagen, das Zehnfache von dem, was wir jetzt haben. So. Einmal nehmen wir natürlich, den behalten wir. Den nehmen wir mit wegen Lava. Stein und Kies. Er kommt hier hin. Stopp. Silberfisch-Pflasterstein. Haben wir. Silberfisch. Ich hab, oh Gott. Ich hab die falschen Steine einsortiert. Naja, muss ich später mal ändern. Wäre nicht so schön, wenn wir damit bauen. Ich geh die sicherheitshalber wegschmeißen. Sonst haben wir, sonst haben wir ein Problem, wenn wir damit bauen. Stopp. Ne, die werden schon links da rausgekommen. Das ist behindert. Das schmeißen wir lieber weg. Das schmeißen wir lieber weg. Sag bye bye. Bye bye. Stopp. Huhn. Geh lieber so. Boah. Boah. Schon praktisch so ein Mülleimer. Ja. Scheiß die Wandern. Ich würde sagen, Pech gehabt. Mein Fehler. Wir sammeln neuen Stein. Ähm, ja. Auf, auf und davon. Ich würde sagen, wir zäulen das hier auch ein. Schieben wir den Weg ein Stück, ja, hier rüber in die Mitte. Ja, machen wir so später. Aber erst, die gehen wir weiter ein. So, was kommt hier rein? Wir haben einen ganz flassen Stein. Damit werden wir einen Hauch ausbauen. Mit diesem einen Stein. Äh. Eisenschaufel nehmen wir mit. Holz. Nehmen wir nur ein bisschen mit, falls wir uns was neu craften müssen. Dicken Eier. Den Rest hier tun wir weg. Der Sand kommt auch weg. Momentchen. Stocksartieren wir auch hier ein. Kiste. Hier oben lagern wir so Kisten, Crafting Table und so ein Quatsch, würde ich sagen. Dann bauen wir auch weiter. Ja, ich wollte eigentlich weitermachen eben schnell noch. Mach das fällig, aber naja, wir haben ja unseren Stein kaputt wegschmeißen müssen. Was haben wir denn jetzt noch? Ei, das Ei, das nehmen wir nicht mit. Beziehungsweise die Eier. Das Ding brauchen wir auch nicht. Durch die Kiste war's. Richtig. Ich würde sagen, die brauchen wir da unten auch nicht. Ich glaube nicht, dass wir eine Mine finden. Ja, wir machen uns gleich noch ein paar Werkzeuge. Zaun. Zack. So. Das nehmen wir halt sicherheitshalber mit. Karte brauchen wir wahrscheinlich auch. Fackeln machen uns auch noch ein paar. In den Eimer muss Wasser rein. Dafür haben wir ja unseren geilen Brunnen hier. Mal gucken, ob der funktioniert. Nö, der ist einfach nur... Stopp. Der müsste doch eigentlich so... Ja, doch, der funktioniert. Geil. Haben wir schon mal Wasser. Für die fiese Lava. Und ja. Dann würde ich sagen, haben wir's. Für die Folge. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge gucken wir mal, ob wir unseren lieben Gewinner hier endlich mal reinbekommen. Und dann geht's auf in eine Höhle. Zur Hölle. Okay. Dann bis zur nächsten Folge. Euer Onkel. Ciao.